Sonstiges Stilistische und inhaltliche Besonderheiten Eines der wichtigsten Merkmale der Strömung des Sturm und Dranges der deutschen Literatur in der Epoche der Aufklärung, der die Räuber entstammt, ist der Protest gegen Normen und Gesetze der Literatur, wie die von Aristoteles aufgestellten Regeln der Tragödie. Dabei ging es nicht direkt um Aristoteles, sondern um seine Auslegung durch die französische Klassik, etwa eines Nicolas Boileau, die vor der französischen Revolution obsolet geworden war. In Paris führten ähnliche Bestrebungen zur Gattung des Theater-Melodrams, da Schillers Räubern in vielem ähnlich ist. Untersucht man das Schauspiel im Hinblick auf die Einhaltung der Regeln für eine Tragödie, so wird daraus Folgendes erkennbar. Das Drama spielt in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Die Zeit, die während der Handlung vergeht, beträgt ungefähr zwei Jahre. Dies widerspricht den nach Aristoteles aufgestellten Regeln für eine klassische Tragödie. Außerdem findet die Handlung an verschiedenen weit voneinander entfernten Schauplätzen statt, teils im Schloss des Grafen, teils in der Schenke an der sächsischen Grenze und teils in den böhmischen Wäldern an der Donau. Dem ersten Anschein nach hat Schiller die von Aristoteles beobachtete Ständeklausel eingehalten, denn der Protagonist Karl und sein Bruder Franz sind Söhne des Grafen Maximilian Mohr und somit adeligen Standes. Auch die Verlobte des Protagonisten Karl trägt einen Adelstitel, sodass man nicht, wie im Fall von Schillers Kabale und Liebe, von einer ständerübergreifenden Liebe sprechen kann. Allerdings hat sich Karl Mohr mit der Entscheidung, einer Räuberwande beizutreten, von seinem intriganten Bruder und von seinem Vater abgewandt und damit seine ursprüngliche gesellschaftliche Position verlassen, wodurch die Handlung des Dramas letztlich doch noch ständerübergreifend wird. Die Diktion der Charaktere ist nicht, wie es im Frankreich des 17. Jahrhunderts als Regel angesehen wurde, in gehobener Verssprache, sondern in Prosa gehalten und ihre Syntax obendrein häufig betont umgangssprachlich, h.m. h.m. So ist es. Aber ich fürchte, ich weiß nicht, ob ich, eure Gesundheit? Minus ist euch wirklich ganz wohl, mein Vater? Damit wird unter anderem die innere Zerrissenheit der Figuren zum Ausdruck gebracht. U-Aufführung Am 13. Januar 1782 wurde das Stück am Nationaltheater Mannheim U-Aufgeführt. Das öffentliche Interesse war groß, da bereits die ein Jahr zuvor erschienene Druckausgabe großes Aufsehen wegen ihrer offenen Kritik am Feudalsystem erregt hatte. Theaterdirektor und Regisseur Wolfgang Heribert von Kajberg wollte die Handlung dadurch entschärfen, dass er sie 300 Jahre in die Vergangenheit verlegte. August Wilhelm Eflann trat in der Rolle des Franz Moor jedoch mit zeitgenössischer Kleidung auf. Die Aufführung löste einen Skandal aus. Schiller selbst bedachte die Aufführung in einer anonymen Kritik, in der er dem Autor, also sich selbst, auch Schwächen vorwarf. Hedepschnen und Parodien E. T. A. Hofmann deutete in seiner nachgelassenen Novelle die Räuber die Handlung um, in dem Karl zum Bösewicht und Franz zu einer edlen Person wurde. Saveria Merkadante komponierte eine Oper i Briganti, die auf Schilles Stück basiert und 1836 in Paris uraufgeführt wurde. Giuseppe Ferdis Oper i Masnadi, uraufgeführt 1847, griff erneut das Thema auf. Gisellea Klebes 1957 uraufgeführte erste Oper Die Räuber, zu der er auch das Libretto schrieb, basiert auf Schillers Drama und ist dem Andenken Giuseppe Ferdis gewidmet. Bonfer veröffentlichte 2008 ein Album mit dem Titel Die Räuber, welches deutsch- und englischsprachige Lieder mit Szenen aus Die Räuber umschreibt. Außerdem arbeitete Bonfer mit dem Theater in Gullstadt eine Rockoper des Stückes mit Live-Auftritten der Band aus. Verfilmungen Deutschland 1913, Die Räuber, Regie, Friedrich Feher Deutschland 1977, Tod oder Freiheit, Regie, Wolf Grimm, Sehr freie Adaption Deutschland-Belgien-Luxemburg 2014, Die Räuber, Regie, Polkruchten, eröffnet Verordnungsfilm des Filmfestival Max auf Hülspreis 2015 Manche Filmografien geben fälschlicherweise eine deutsche Verfilmung aus dem Jahre 1940 an. Gemeint ist damit aber der Film Friedrich Schiller, Triumph eines Genies, in dem die Entstehung des Stückes und seine Uraufführung eine wesentliche Rolle spielen. Hörspiel Adaption Die Räuber, Regie, Leonhard Koppelmann Produktion, SWR, 2006 Trivia Die fiktive Figur Johannes Schäffler, der in Sünkel-Wortmanns-Filmkomödie Kleine Haie versucht, an deutschen Schauspielschulen aufgenommen zu werden, bedient sich dazu Karls Monolog hört er's wohl? Akt 2, Szene 3 Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020